Ich habe mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, von klein auf. Ich habe meinen Traum gelebt, Fußballprofi zu sein. Und in den letzten zehn Jahren ganz besonders habe ich noch mal viel mehr erlebt. Ich habe begonnen als TV-Experte. Ich habe für den VfB Stuttgart gearbeitet, als Direktor im Nachwuchsleistungszentrum, als Sportvorstand und am Ende als Vorstandsvorsitzender. Ich wollte aber mehr anbieten, als nur über meine Karrierestation zu schreiben. Ich habe mich öffentlich geoutet als schwul und zehn Jahre nach der Karriere habe ich so viel erlebt, dass ich der Meinung war, jetzt ist genug Stoff für ein Buch da. Selbstverständlich war die Karriere jetzt nicht nur ein Highlight nach dem nächsten, sondern um 2010 rum, als ich von Stuttgart nach Rom gewechselt bin zu Lazio, habe ich schon deutlich gespürt, dass ich einfach unzufrieden war. Ich war ausgelaugt. Es hat sich was verändert. Bei mir persönlich, aber auch in meiner Karriere. Das Eingeständnis, ich bin anders, ich bin schwul, ich kenne niemanden im Fußball, der schwul ist, mit dem ich auch darüber reden kann. Und das war so die kritische Phase. In dieser Zeit habe ich sehr viel nachgedacht. Das hat mein Leben auch geprägt. Aber wenn ich zurückblicke, insgesamt bin ich doch sehr zufrieden, wie die Dinge gelaufen sind. Heutzutage können wir Fußball nicht mehr von der Gesellschaft trennen. Alle Gesellschaftsschichten finden sich im Stadion wieder. Ich wollte über Fußball, über das Geschäft sprechen und meine Erfahrungen damit. Aber auch, wie sich die Gesellschaft in diesen Jahren verändert hat und entwickelt hat. Und natürlich wollte ich mit meinem öffentlichen Coming Out einen Schritt wagen und ein Vorbild sein, sich Dinge zu trauen, seinen Weg zu gehen. Und das Buch soll am Ende auch Menschen Mut machen, für seine Überzeugung einzustehen und nach seiner Überzeugung zu leben.